Piana ist eine französische Gemeinde mit 482 Einwohnern an der Westküste Korsikas. Sie gehört zum Departement Corse du Soudé, zum Arrondissement Ajaccio und zum Kanton Les Deux-Sévis. Piana ist als eines der Plus-Bos-Villages de France klassifiziert. Geografie Piana liegt in der Cialanche auf einer Hochebene auf 438 Meter Höhe über dem Golf von Porto 78 Kilometer nördlich von Ajaccio und ist bekannt für seine großartigen steilwandigen Granitfelsen. Geschichte Im 15. Jahrhundert war das Gebiet der heutigen Gemeinde unter der Herrschaft der Seniors de Léca. Am 29. März 1489 kam es nach einem Aufstand von Jean Paul de Léca zu einem Massaker an den Einwohnern durch die Genuesen. Das Gebiet war bis zur Wiederbesiedlung 1690 weitgehend unbewohnt, erhielt der Ort eine eigene Pfarrei. Zwischen 1765 und 1795 wurde die heutige Kirche errichtet. Im Zweiten Weltkrieg Hochburg der Resistas am Strand von Arone bringt das U-Boot Casa Bianca am 6. Februar 1943 Menschen und Waffen aus Algier für den Widerstand in Corsica an Land. Sie werden in Verstecke gebracht und später an FN-Gruppen im Land verteilt. Geburtsort zweier Widerstandskämpfer A. Chang'e Giovanelli und Jean Casanova zusammen mit der Girolata-Bucht Der Bucht von Porto und dem Naturpark La Scandola wurde die Chalanche 1983 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Die Sehenswürdigkeiten Chalanche Naturpark La Scandola Wald von Piana Kirche Sainte Marie Die Sehenswürdigkeiten